Musik Jetzt fange ich das hier nochmal von vorne an. Ach, ihr habt dort einen Schuss nicht gehört ey! Kletter doch mal dort hoch verdammte Scheiße! Oh, ich kann's abheben! Ich kann'schüte ihn, aber ich kann'schüte ihn! Ja! Natürlich! Das ist so für'n Arsch! Natürlich hab ich alles eingebüßt an Vorräten irgendwie. Sollugisch! Ja! 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 Ich habe dich! Ja! 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 So long. Dann greifst du den mal an? Dann greifst du den mal an. Dann greifst du den mal an. Jetzt gehen wir die Sache mal vorsichtiger und vom Wald weg an. Mal sehen ob das funktioniert. Dann greifst du den mal an. 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 Ah! Schade. Schade. Ha! Ah! Ich kann mich halt den Drecksack ran. Prozent weil ich möchte mich nicht auf den Nahkampf einlassen Stopp you das Gebäude nehme ja ja ich habe ihn in meine ja ich habe es Das ist wie klar, Sautas, als ich kann. Hell's bellt! Er ist weg! Ich sehe ihn! Oh, endlich. Endlich haben wir's geschafft. Okay, Königsfarm nennt sich das. So, ähm, genau, jetzt wollte ich die Vorräte da drüben noch blistern. Ach, nöööööö. Scheuerd. Sooo, jetzt können wir die Umgebung abgasen. Es tut mir im Prinzip leid, dass hier nix mit Quest oder Story oder irgendwas ist, aber... Leider Gottes haben wir da ja schon das meiste erledigt gehabt ganz am Anfang und jetzt... Verkommt das ganze Leider Gottes zu einer elenden Sammelei. Sammelei oder Looterei, egal wie man es nennen mag. Ich hab wieder... Hallo? Hallo? Das Geld? Ist das wirklich... Äh... Ach hier. Okay. Ich glaube die meisten haben sich schon verabschiedet, wenn es das zu langweilig ist hier auf meiner ganzen Sammle-Uhr geht zuzugucken. Tja, tut mir leid. Tut mir leid, Orbel. Oh... Es ist leider so... Ich warte auf eure Anweisungen, Sir. Die hast du hier mit. Also wenn man mal so eine Hit-Liste der Loot-Teile von Assassin's Creed ausstellen würde... Da wäre der Teil ganz vorne mit dabei. Ist schon irgendwo eine Lute umgeht das ganze. Da wäre das, was ich? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Let him think he's losing us. We'll surprise him soon enough. Keep running. Oh, now I'm in the middle of the hole. Okay, drei Stück noch. Ah, good show lads, we chase them. All I'm saying is that I got you! Guards! You are mine! He sure did have you! Wait! Right there! This is not a fun focus! Yes, sir! Hold! Hold! Dennis, have a word! Hold! 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 Let's go! Nein! Sehr nette Leute. Ach, da unten. Ok, alles klar. So, if I don't text... Wie sieht's denn aus? Eine Renovierung. Äh, sieben Tru... Fuchsiii! Sieben Truhen, drei Sammelobjekte, zwei Messerensgegen... Zwei Fuchsis! Ok. Ok. Ach, na mordi. Nehmen wir... Ah, ok. Neun von neunzen Augen lehnen. Das ist ein blödes Gestöne, wer das vertont hat. Da muss ein bisschen... ...kaputt gewesen sein. Ach, steht ich. Ja! Alles gut. Die hatte mich jetzt auf einem völlig verkehren Fuchs erwischt. Das ist... OOOOOH, dieses Scheiss... Dieser Scheiß mit dem Stick drücken. So, wo müssen wir als nächstes hin? Da hin? Das nenne ich Beute! Ah, da ist er. Oder der, der Brief. Whatever. So, vier Truhen sind es noch. Und eine Renovierung. Und die war doch hier ganz in der Nähe. Genau. Ja. Now that the undesirable element's out. All I'm saying is that lining up like we do to fire muskets will leave us... All I'm saying is disobedient content. You're up to here, this right, good work to do, dear sir. Zwar schweineteuer das Renovieren, aber... ...klingt auf der anderen Seite irgendwie was. Einen haben wir noch, einen haben wir noch. Wo ist die letzte Truhe? Hoi. Wollt ihr mich irgendwie ärgern? Hhhhhhhh. Hahahaha. Scheiße. Ähm. Weiter geht's nicht gar nicht. Ah, toll. Und keinen schnellen Reisebunkte noch näher. Ich habe den Hinweis mit der Templer-Karte gesehen, aber da habe ich im Moment mal gar keinen Bock drauf, mich damit zu befassen. Eventuell irgendwann später mal. Mal sehen. Ja, ich sehe dich. Siehst du mich auch? Nein, ich bin tot. Am äußerst Zipfel, das muss natürlich sein. King's Farm. Oh man. So, jetzt geht es ja im Prinzip. Also wir reisen erstmal hier hin. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man.